Er macht mit dem ersten Matchball den Sack zu, wie man so schön sagt. Wieder mit dem leeren Aufschlag ein bisschen hoch zurückgeben, umgelaufen. Vor allem dieser Rückhandaufschlag machen viele. Und auf dieser lange Ballwechsel geht an Yong-Ying Lee. Der holt sich hier mit einer starken Leistung. Erster verwandelt. Sehr stark. Starke Performance von Rick. Kurz und größer Karten. Haffelschwer. Was eine Antwort. Richtig. Zwei abgewährt. Zwei abgewährt. Oh, den Lester liegen. 19. Oh, der war groß. Oh, was ein Schlusspunkt. Was ein Schlusspunkt. Beide, beide mit viel Gefühl. Und der geht ganz knapp raus. Der geht ganz knapp raus. Nein. Noch nicht ganz. Gefühlvoll reingeeiert von Rick. Und dann der Topspin. Mit der Gegenspin von Danny. Von Danny. Glückwun. Stück. 3-0. Wie wir vorher gesagt hatten. Hallo Thibaut, hat sich teuer verkauft. Wow! Was für ein souveräner Sieg hier! Ich sag, bei 10, 7 gibt es das Timeout. Oder so, ja. Ja, stark, also sehr überzeugend. Aber stark. Ja. Schauen wir mal, wo der Blutzball war. Oh, ich glaub, der war relativ knapp. Erster Matchball von Beneduda abgewährt. Von in der Wiederholung. Oh, ärgerlich. Mit so einem Ball. Damit hat Bastian Schick jetzt hier diesen Matchball. Mit eigenem Aufschlag. Wow! Und den kann er machen. Wow! Liebe Zuschauer. Mit der Signature erkannt. Die Wut gepresst, zurückzuspielen. Ja, und Philipp gibt sich hier aber nicht auf. Seht's liebe Zuschauer. Auch hier immer noch der Anfeuerung. Ja. Trotzdem im Netzball kriegt den Seiko hier noch. Richtig! Wow! Okay. Da haben wir da, wenn wir es schon... Es war ein Aufschlag und einen Topf für den. Ja, da haben wir schon... Es war ein Aufschlag und ein Topf für den. Es war ein Aufschlag. Im Tipp von Fouyong. Er macht's! Er macht's, wartet! Die ganze Tribüne springt hier auf und jubelt! Absoluter Wahnsinn! Das ist super, Hechtzüge an die Einbahn, wünscht ihr alles mit? Und damit ist es tatsächlich geschafft! Den Satz immer leicht geführt und scheint nun seine Jungs in Führung zu bringen. Ein Punkt fehlt. Gleich den ersten nutzt er. Diese zwei, drei fantastischen Bälle von Anton Schellberg, Wirkungstreffer, die haben richtig wehgetan. Ovi dann noch ein, zwei Kleinigkeiten und dann ist auch der Satz, der eigentlich vielversprechend angefangen hat. Wenn du den dritten klaust, am vierten 3-1 losgehst. Damit 1-1, 3-1 für Anton Schellberg. Und dann muss man ja... Uh ja, 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 das ist sicherlich... Schön gesetzter Return. Ja, Return war gut, also sehr, sehr gut aufgebaut der Ball, ja. dass er da Steffen nochmal ausgleichen kann. Ja, Netzkante drüber. Drei Kleinigkeiten pro Satz. Ja. Ich denke, Daniel wird dann auch nicht unglücklich sein, dass er jetzt... Ja, Anton wieder mit Kante. Ja, es passt. Aber der macht es jetzt nicht mehr. So, mit zwei Matchmülle. Ersten abgewerbt. Und das war's. Sehr guter Rückschlag. 3-0 für Feng. Und der TTC-Zugbrügel-Grenzau geht mit 1-0 in Führung. Und der TTC-Zugbrügel-Grenzau. Und der TTC-Zugbrügel-Grenzau. Und der TTC-Zugbrügel-Grenzau. Der TTC-Zugbrügel-Grenzau. Der TTC-Zugbrügel-Grenzau. Der TTC-Zugbrügel-Grenzau. Netzball von Walker und Steck. Ja. Wie erwartet, langer Rückschlag in Rückhand. Super reagiert hier. Oh, er kam mit ihm ab. Oh. Wahnsinnsfall hier. Alle tobt. Zweiter Matchball abgewehrt. Oh. Wahnsinnsfall. Oh, macht's? Wahnsinns. Ja! Hoppala! He.